Es hat einfach genau 12 gekostet, das ist ja ganz krass, normalerweise braucht man wesentlich weniger, aber wir haben jetzt wirklich 12 von diesen Avian Treats gebraucht, wir hätten sonst noch hier 5 übrig gehabt, aber das ist perfekt aufgegangen, was wir jetzt machen wollen ist, dass das jetzt auch verschwunden, weil das Rock braucht viel viel mehr Energie, um gesummernd zu werden, deswegen müssen wir erstmal den Faradon dismissen, bis wir überhaupt das Rock summonen können, wir müssen hier auch warten, bis jetzt hier unsere Spirit Power aufgeladen ist, wir brauchen aber auch da brauchen wir dann wiederum einen Sattel, das heißt wir brauchen eigentlich prinzipiell Leder, was ist das hier, wow, what the fuck, what the fuck, hier ist ein unsichtbarer, ich gehe mal ganz kurz raus, what the fuck, seriously? Oh jee Ey, helf mir doch bitte, nein Das ist so dreckig, dass die Dass die Dass die Aegis jetzt nicht mithelfen Ah, jetzt helfen die, ist gut Okay, ich versuche mal meine Items zurückzuholen, wobei da ist, das Ding ist, ich versuche hinten zu holen Nein, 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 nein Ist doch wenigstens Tag her, das wäre geil Nein, 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 nein Ich glaube, dass meine Items richtig spawnen Ich sammle die mal ein, weil ich glaub, wenn ich die einsammle, selbst wenn ich dann sterbe, dann bleibt die länger frisch. What, 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 what? Das ist hier ne Shitshow, man. Find ich irgendwo vollettet ein anderes Bett oder so, wo ich zumindest mal schlafen kann. Nein. Glaub ich hier waren betten? Waren dort betten? Ne, da waren keine betten. Damn. Nicht, dass meine Items die spawnen. Das da ein Bett auch nicht. Auch nicht. Kann ich keine betten hier, was geht? Was geht? Was geht da? Ich glaub, da ist ein Bett. Was ist da drin? Uff. Nein, auch nicht. Ich hab hier keine betten, Jungs. Das geht so nicht. Sind die jetzt die spawnen vielleicht, die Mobs? Nein. Sind sie nicht. Wo sind die Items hin? Sind die jetzt weg? Das ist ja eigentlich mal die Idee. Das ist ja eigentlich mal die Idee. Oh, da hat ein Ring gedroppt. So, mal schauen, was noch übrig ist. Hm. Ich glaub, ich hatte ja gar nicht so viele Sachen. Auf der Hand. Jo. Dann setzen wir mal einen neuen Spawn Point. Das Gute ist, dass wir jetzt, wie gesagt, den Rock haben, damit wir fliegen können. Und da ist noch ein Faradon. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? So, dann brauchen wir vor allem Leder. Wir brauchen aber auch ein bisschen Iron. Das ist das Ding. Wir haben nur ein Iron. Wir brauchen genau zwei Iron. Aber wir können hier noch die Sachen smelten. Das ist das coole. Ich smelte das jetzt einfach hier drinnen. Ja, die waren wir. Ja, die waren wir. So, dann wollen wir Leder. Ich will mal kurz schauen. Das Faradon. Wollen wir kurz summonen. haben wir noch mehr leder wir brauchen auch noch strings sehen ob das chupacabra also dann können wir uns jetzt hallo können uns jetzt hier im normalen minecraft kann man die gar nicht kräften das geile ist hier kann man das eben jetzt wollen wir natürlich die pets kurz das müssen damit wir unseren rock sammeln können wir müssen auch jetzt erstmal warten dass der spirit wieder voll was toll ist und dann können wir den rock sammeln wir wollen am besten auch mit nur wieder machen beim rock da finden wir ganz kurz hier diese einfach mit einem sattel dann haben wir eine truhe und dann können wir uns eigentlich schon auf den weg machen wobei wenn wir uns auf den weg machen dann wollen wir unbedingt noch feile haben wir brauchen eigentlich noch flint und die pfeile machen können wenn wir noch müssen viele fahren gleich und jetzt einfach daran denken hier shift zu drücken er ist manchmal ein bisschen wild und fliegt ein bisschen herum tun die truhe rein das ding rein ich tue das mal jetzt alles provisorisch hier rein auf den bogen dass wir noch sterben dass wir den sicherheitshalte behalten und jetzt können wir eigentlich schon losliegen das ist richtig nice wir können das auch vor allem hier mit der karte machen das bringt richtig viel und hier haben wir auch schon flint dann bauen wir das ganze mal ab und ich würde sagen wir machen die reise dann in den nächsten episode also ich werde jetzt hier noch ein bisschen flint abbauen und wir sehen uns dann im nächsten video